Tag still Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rocket League. Wieder dabei, Steven. Was geht? Was geht? Die Fresse, jetzt starten einfach. Soll ich starten? Ja. Warte, ich muss gerade mal Saison-Match verlassen. So, nächstes Spiel online, Match suchen. Ranked machen wir wieder. Wir sind jetzt im letzten Part wieder auf Silber 2 und Silber 1 runtergefallen. Das war richtig bitter. Ja. Aber auch nur ganz knapp haben wir immer verloren. Mit einem Tor. Ja, weil Kall irgendwie nicht wieder konzentriert hier. Ja, 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 ja. Zugmap. Was ist das hier? Veteran, Veteran. Wie heißt der? Zeit-Continuum-Lum-Lum. Krieg den mal weg. Den Ball. Hab ich. Und jetzt? Ja, toll. Ja, den krieg ich nicht. Ich auch nicht. Den hab ich hier aber geil gekriegt. Den krieg ich aber wieder nicht. Ich auch. Nein, da war ja nicht. Kling. Passte. Ja, den. Oha. Nice. Oha, schade. Den krieg ich nicht. Du bist nicht. Ich guck den weg, Jungs. Ich guck den weg, Jungs. Wow, der war nice, hä? Ich habe 100er Boost. I coming. Looooooool. I believe I can fly. Wie er hochgesprungen ist, die Posit... Loh. Ich wollte ihn eigentlich zerstören, da siehst du, wie er denn nochmal hoch springt, da. Ich hab's mal vergessen, wir sind ja blau, ich dachte jetzt, Kalle, was machst du jetzt? Alter, ist das dein Ernst? Ja. Ich krieg lieber den Ball weg. Mach ich doch, guck doch. Lol, was macht ihr da? Der hat dich so weggekriegt. Den musst du haben. Hab ich, den musst du jetzt haben? Ja, toll. Oh mein Gott, wieso fährst du überhaupt rückwärts denn? Ja, weil ich jetzt rückwärts mal war. Hast du Halloween oder was? Ja. Ist ja heute. Du konntest da einreißen, ist der Oktober. Ja, ey, was ist denn das? Okay. Wir sind richtig schlecht, oder? Hello, was machst du denn? Ist von... Ja, der ist... Ja, ist nach vorne gestammt, ey. Die kleine Codenstunde. Schab ihn. Den hab ich. Oder auch nicht. Jetzt kommen drei Tore. Machen wir easy. Oh, wird die wieder auch wieder hierhin einen Ball treffen. Die gehen mich voll auf den Sack schmieren. Alter. Lol. Lol. Lol? Was macht ihr denn, Alter? Den hab ich. Extra für dich. Ja. Nice. Du hast ja alles... Nice. Ja, ja. Wow! Pfü- Philipp Lahm mit einer Gretchen. Pfü- Philipp Lahm! Da kommt er. Oh, yeah. Noch zwei Tore, Junge. Kleiner Spass, ey, oh Klauter mir den 100er-Boost Nice, Klauter, jetzt geht's wieder, nice, alter Den muss ich mal reinziehen, alter Oh yeah Der war nur Spiel 40 km, alter Gen 70 mein ich, aber Loll Wie schnell kommen die denn alle an die Bälle dran? Muss nochmal wegkicken, oh mein Gott Ja, da komm ich jetzt nicht ran Ja, einer wartet schon und fliegt schon Ja, ich kann das, ich kann da nix machen Ja, ich kann auch nix machen mit 0 Boost Ich hatte 200er-Boost, aber ich stand da voll behindert Nice Da wäre ich so oder so nix rangekommen Immer gegen Semi-Profi spielen, man Man hat viel mehr Spaß Oh mein Gott, dabei kommt wieder so voll Stockbehinderte Verpiss dich Oh Oh Jetzt merkt euch aus Alter 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 Und er hat die so ausgeformt Ja, mach noch geileren, pass für die Easy Ne, warum? Okay Hey Da kann ich jetzt nix machen Hättest du mir einfach den Ball gelassen Alter, wie der am fliegen ist, ey Dann sollten wir easy verlieren Dann sollten wir easy verlieren Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott, ich hab mich verheddert Oh mein Gott, ich hab mich verheddert Ne Boah, was ist denn das? Das ist deine Farbkunste Da Der kriegt den Ball nicht rein Der kriegt den Ball nicht rein Ja, ich stand bei halt bisschen scheiße Alter Oh Jetzt verpiss dich Oder auch nicht Wie geil er zurück in die Zukunft will Ja, da komm ich schon nicht ran Zurück hab ich den einen da weggepumpt Alter Ultra Noob 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 Ja, das gibt minus 20, ey Ich hoffe du kriegst jetzt auch mal einen Minuspunkt weil du dir ne geile Vorlage gegeben hast Warum? War keine Vorlage Noob Noob Was geht jetzt ab? Noob Was war das jetzt grad für ein Lake, ey Warum leckt das jetzt in der Zeit immer so? Keine Ahnung, was fragst du mich das? Keine Ahnung, was fragst du mich das? Oh, der will nicht reingehen! Ich wurde weggekickt. Ich hab ihn. Alter! Oh, ich hab ja keinen Boost, fällt mir grad auf. Komm mal angeflogen! Oh, da hab ich voll verheddert. Scheiße. Oh mein Gott. Ausgedrückt hab ich die. Läub! Okay. Die sind eindeutig viel zu... Scheiße. ...geaterisch, ey. Weil ich die davor weggerammt hab. Es wird ein easy win hier. Ja, die können's wenigstens, weil es sind nicht so wie wir. Wir machen das so, keine Ahnung. Ja, du machst dir noch geile Pässe und so, ne? Oh, bin noch ne Luft. Du nett. Oh mein Gott. Minus 8, ey. Oh, ich brauch jetzt neun Punkte. Ach Kalle, das ist doch nicht wahr hier. Jetzt mach mal hier. Bin doch schon dabei. Geil. So, lieber. Ich bin super. Wegen Kalle verdienen wir wieder alle. Ja. Ist klar. Und die Bushmap. Oh, nicht schon wieder. Lol. Was soll denn der Shit? Jaaaa. Und der kriegt wieder den Ball, ey. Alter. Weißt du, wie mich das aufregt? Ich hab gerade Verbindungsprobleme. Lol. Dieses Spiel, Alter. Das Spiel sackt wieder, gell? Ja. Alter. Alter, der hat seine Windel wieder hier nicht offen gelassen, oder? Ne. Alter, das stinkt ja wieder bis hier her, Mann. Die Windel, ey. Das gibt's nicht. Ja, machen ab. Guten Pass zu dir. Und die machen's nicht. Ja, inkompetent. Hat er wohl gedacht, ne? Lol. Der ist auch echt überall. Nein, nein. Oh, weiß. Nein, nein. Alter, dafür hab ich ne Glanzparade gekriegt. So aus den Wellen. Wo bist du da? Ich pass zu dir. Nice. Was? Lol. Oh, jawoll. Aber war ein guter Pass, muss ich sagen. Ja. Ich bin nur ein bisschen zu weit nach innen gefahren, ein bisschen. Yeah. Thomas Müller macht immer die geilsten Tore hier immer. Wenn wir jetzt gegen die gewinnen, ey, sind wir ja voll Oberpro hier, oder? Ja, oder ja. Oh, wir haben einfach grade nur zu scheiße gespielt. Das könnte auch sein. So aus den Wellen. Ich komme! Na, der war wieder zu stark, ey. Der hat ihn berührt, ich hab ihn nicht mal berührt, ey. Hallo, was machst du da? Na, ich komm mit Top Speed an. Ich hab abgewählt, ich kann er mehr. Kann er mehr, kann er mehr, kann er mehr, ich kann er mehr. Ja, ne, den greif ich jetzt nicht an. Abfahrt, ja. Oh, und er kriegt wieder jeden Shitball, alter. Nee, aber meinen nicht. Loll. Den hab ich nicht. Sie werden! Oh! Du bist kein Manuel Neuer. Ja, ich bin ja auch Philipp Lahm hier mit einer Grätsche, aber... Mit einer Grätsche. Die stehen doch immer alles so gut. Hm. Alter, das ist doch nicht mehr ein normales Speed, der immer am Anfang hat, ey. Ja, und der fliegt wieder so, wie so ein gekoppelter. Ja, der hat ihn. Ich hab ihn nicht, gell. Ich bleib mal ein bisschen hinten. Hab dir voll weggekickt. Ja, schön. Oh, Halle! Oh, jetzt... Mann! Wie der Unnütz-Boost verschwindet, ey. Ja, ich hab dich nicht gesehen, oder? Du machst ja manchmal deine verrückten Dinger da. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, yeah. Den hab ich. Loin. Aber richtig behindert. Oh. Hast du den? Ja. Abfahrt. Abfahrt, yeah. Oh, was ein Spaß, Alter. Oh, Alter. Ah. Müssen die wieder gleich anfangen mit zerstören, hier. So, Kalle, deine geile. Alter. 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 Und zwar Arschen, hier. Du Stück Kot, Alter. Oh, sieh. Nice. Ich flieg ins Tor, aber der Ball nicht. Ich würde mal gerne wissen, wo du bist. Ach, damals. Loin, was ist denn das jetzt grad gewesen? Loin. What the fuck? Ich hab ihn jetzt auch voll geleckt, ey. Wie der wieder jeden Shitball kriegt, ey. Das gibt's doch nicht. Abfahrt, nicht mit mir, Alter. Ey, ich hab mich verkutzelt. Sie werden deiner ab. Nice. Kalle, Kalle, Kalle. Oh, ja. Ey, das ist doch nicht... Scheiß Kotstuhlen, Alter. Die haben die Windeln nicht gewechselt, ey. Guck mal, da wurde ich voll weggekickt, ey. Was soll der Shit? Die sind nur am wegkicken, die können nicht fair spielen, ey. Kein Spaß. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Ich warte einfach rauf in der Mitte. Ja. Aaaaaaah. Yeah. Klein Molucken. Ja, wegen mir, wegen meinen geilen Konda hier, ey. Der hat den aber dann auch kurz berührt. Warm, Junge. Ja, Thomas Müller muss mit seiner geilen Mucke kommen. Der hat da wohl gedacht, ne? Oh mein goodness. Ja, das hat er sich so gedacht. Schau mir mal schnell, und hat der Wurst. Ja, der Ball ist bei denen in der Hälfte. Nöt. Mensch. Noll, da perfekt. Easy. 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 ich hab doch ne danke die machen jetzt noch besser alter ein bisschen provokation hier provokation junge aber wie der ball immer gleich immer bei denen ist abfahrt hier nice kalle der war kein boost jetzt komm ich aus der rektor au ja jetzt geht's ab ja es war es wieder gut YouTube ja jetzt machen wir sie kaputt Junge ich bleibe einfach mal aufgegeben aah was ein das stimmt ja mir fehlen drei ich war jetzt bis sie weg sind ich hab keine Bock gegen die Nummer zu spielen wir warten erst ein bisschen hat er verlassen kann suchen gut warte ich will meine Flasche zu machen so den Babybeln essen ich hab grad nicht auf die Zeit geguckt aber ist ja grad mal wir machen so noch ein zwei Spiele eins können wir noch machen weil wir haben zwei schon gemacht ja ich mein davor haben wir ja im letzten Part haben wir ja auch viel Spiele gemacht ja weil ihr weiß aber warum weil die alles so in eine Minute rausgegangen sind ach so stimmt ja ja ein Spiel machen wir noch ach mein Punkt kriegt mir noch Lagian da Granatapel was Granatapel Junge ein er wird daran um Profi ein ist alle kommt heute nur den grüßen ich stehe in die Scheiße ja er hebt einfach nur ja du hast in der hängen ja ich wollte ich habe versucht die nachwechseln weißt du aber wenn du da die ganze zeit ja was soll ich machen wenn der ball die ganze zeit über mir ist junge junge ich brauche jetzt mal klein bisschen lust hier wieder der geht sowas von nicht rein ja toll 9 weg sage ich noch eine glatzparade gekriegt der bauch jetzt den da gelassen ich hätte den zucker weggekriegt der ist der muss das ja nicht aber da der wäre ja fast rein ich warte ja immer wenn man so richtig wenig brust hat er immer kommt so ein bälle ab 100er boost so sieben da deiner alter das ist doch so ein spack da jetzt 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 auch alle dein ding aber das ist jetzt mein ding jetzt habe ich wieder bis ein boost verschwendet ich habe ihn ich habe kein boost aber schon wie nur schnell 100er boost oh ja lol was macht er da alter ja mein gott verschwindet da musst du hin ich kann ich habe kein boost wir haben die zerstören ihr wollte das muss ich mir noch mal ein guter schoss aber richtig knapp ne so knapp war ich aber wirklich komm oh ich muss sie angreifen hallo der kommt zu dir voll weggekickt den ball oh yeah wieder aus dem gleichen winkel junge der war richtig nice die muck alter der noch voll weg genudelt doch nicht mit mir ja jetzt muss ja ich habe jetzt keine 100er boost parade parade ich bin mir jetzt gerade mal voll fett manu ein neuer junge na komm ja aus ihr fummelt na der andere fummelt nicht nice ah ah kalle für dich ja ich habe keinen boost ich habe keinen boost ich habe keinen boost ich will mich schnell 100er boost ja muss jetzt schon alleine machen ok jetzt habe ich wieder boost steven geil los noch mal ja noch mal noch mal los jetzt ja da da Thomas Müller Thomas Müller da hier Thomas Müller hat sich hier nix unterkriegen lassen er hat immer weiter gekämpft oh da hallo ja ich habe dir geholfen ich habe dir geholfen ich habe dir geholfen oh ja und der geht easy rin nice wieso nicht gleich immer so ja guck mal da und ich bin einfach stehen geblieben ja ja das könnten wir schaffen ja ja das könnten wir schaffen warte ich habe ihn voll verkackt aber ich habe mich noch berührt lol ok den kriege ich nicht mehr what the fuck war das jetzt hier ah das habe ich nicht mehr dran gedacht ach wenigstens führen wir noch eine 3 Tore für Rettung und 3 Schuss alter ich greife an was habe ich denn warte mal muss gucken ok oh nee 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 oh gott Steven den musst du haben ja den habe ich nice oh oh gott kick den Ball wieder aus der Ecke raus oh yeah Steven oh ja nice ich bin vorne ja ich wurde weggekickt sorry oh 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 ich dachte der geht nur rein oh nicht so viel Speed nicht so viel Speed oh 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 mach den weg oh oh der geht ja das vor wir müssen nur noch ein bisschen anstoßen naja in die Richtung oh oh nice 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 oh oh der geht aber rein oh mein Gott wieder am Fosten vorbei äh ne am Fosten getroffen alles ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn ich bin in der Luft oh ich bin grad dabei in die Luft zu nehmen oh ja nice über zwei junge gedreck gedreck why no shoot why no shoot 4 5 der achter ping okay also dafür verabschieden wir uns jetzt immer ja machen wir machen wir also dann sehen wir uns in nix party wieder mit rock die junge ja man oder rin tschüss tschüss tschüss